Mach Dich bereit für eine ganz besondere Erfahrung. Zeig der Welt, was Du drauf hast. Lerne Englisch mit Speed Learning. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Speed Learning. Englisch, Dein Podcast für besseres und effektiveres Englisch. Gemeinsam mit dem Avatar-Training der Speed Learning School. Hier die Audiospur und heute geht es weiter mit dem nächsten Übungsvideo. Und wie gesagt, hier die Audiospur. In diesem Video siehst Du wieder verschiedene Begriffe und wirst nun gefragt, was das ist, was Du auf diesem Bild siehst. Hier sieht man jetzt natürlich keine Bilder, weil es ein Podcast ist. Aber in der heutigen Folge haben wir im Grunde dieselben Bilder wie beim letzten Mal auch, nur dass wir dieses Mal die Verneinung trainieren. Lasst Euch einfach mal drauf ein und wenn Du das Video im Original sehen möchtest, dann geh einfach auf speedlearning.school-fremdsprachen und registrier Dich dort und schau Dir einfach die Videos dann im Original an. Okay, lass uns starten. Hallo. Hi. Mein Name ist Jonathan. Was ist Ihr Name? Mein Name ist Sven. Es ist schön, dich wiedersehen. Wie geht es dir? Ich bin gut. Wie geht es dir, Jonathan? Ich bin gut, auch. Danke. Today you will learn how to ask questions and answer them with yes or no. I'm about to ask you questions and you answer with yes or no in a complete sentence. Here is an example. Is that a ball? Yes. Yes, that is a ball. Is that a balloon? No. No, that's not a balloon. That is a ball. Now, please answer the questions. I'll give you a moment to do that. Then you will hear the correct answer. Okay. Is that cocoa? Yes, that is cocoa. Yes, that is cocoa. Is that coffee? No, that's not coffee. That's cocoa. No, that's not coffee. That's cocoa. Is that a cash register? Yes, that's a cash register. Yes, that's a cash register. Is that chocolate? No, that's not chocolate. That's a cash register. No, that's not chocolate. That's a cash register. Is that a t-shirt? Yes, that's a t-shirt. Yes, that's a t-shirt. Are these pajamas? No, these are not pajamas. It's a t-shirt. No, those are not pajamas. That's a t-shirt. Is that a family? Yes, that's a family. Yes, that's a family. Is that an insect? No, that's not an insect, that's a family. No, that's not an insect, that's a family. Is that mathematics? Yes, that's mathematics. Yes, that is mathematics. Is this a medicine? No, that's not a medicine, that's mathematics. No, that's not a medicine, this is mathematics. Is that an engine? Yes, that's an engine. Yes, that's an engine. Is that a group? No, that's not a group. That's an engine. No, that's not a group. That's an engine. Is that a film? Yes, that's a film. Yes, that is a film. Is that a radio? No, that's not a radio. That's a film. No, that's not a radio. That's a film. Is that an elephant? Yes, that's an elephant. Yes, that's an elephant. Is that a salad? No, that's not a salad. It's an elephant. No, that's not a salad. That's an elephant. Is that a soup? Yes, that is a soup. Yes, that's a soup. Is that the police? No, that's not the police. That's a soup. No, that's not the police. That's a soup. You did a great job. Thank you. Now take a break of about 20 minutes and watch the video again afterwards. Okay. Repeat this exercise until you no longer need to think about the answers. Yes. Then take a break for a day and if you can still do it, then try again after a week. Awesome. Now you can already answer yes and no questions. Perfect. Congratulations. Thank you. Prima. Also wie gesagt, jetzt gibt es die Möglichkeit, dieses Video auf unserer Plattform anzugucken. Im nächsten Podcast werden wieder Übungen gemacht, in der nächsten Podcast-Folge, für die ihr das Video im Grunde nicht braucht. Hier ging es jetzt darum, etwas zu verneinen und diese Übung kann man jetzt auch weiterführen, indem ihr 20 Minuten Pause macht, euch nochmal entsprechend diesen Podcast anhört und wenn euch das Sprechtempo zu schnell ist, dann drück einfach kurz auf Pause, überlege, wie du den Satz formulieren würdest, um etwas zu bejahen und dann im nächsten Schritt zu verneinen. Und wenn du neugierig bist, bei dem That's a Family Bild zu sehen, welche Familie dort abgebildet wird und ob du diese Familie vielleicht kennst, ob dir die Leute darauf bekannt vorkommen, dann geh doch auf speedlearning.school, registrier dich und schau dir das Ganze an. Übrigens gibt es diesen Podcast auch für Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch und noch viele andere Sprachen und auch für ausländische Mitbürger, die gerne Deutsch lernen möchten, dann entsprechend in englischer Sprache. Okay, prima, das war's für heute. Danke fürs Einschalten. Mach 20 Minuten Pause, hör dir dann diesen Podcast nochmal an und dann klappt das von Woche zu Woche immer besser. Bis dann, ciao. Willst du noch mehr, willst du noch mehr Sprachen, noch mehr Englisch, noch mehr Power, dann registriere dich unter speedlearning.school und werde Speedlearner.